ja moin heute mal was komplett anderes keine große leistung heute hole ich mir ein winterfahrrad und zwar habe ich mir beim händler ein gebrauchrad geholt also der hat quasi seine leihräder neu aufgebaut verschärbelt die für den günstigen preis vorteil für mich ist halt ich habe eine 105er schaltgruppe und so weiter und so weiter und hab mir rat das mit dem ich im winter fahren kann um meine guten räder nicht runter zu hunsten wie sonst irgendwas ja da geht ab der hase also es ist ein coratec team keine ahnung irgendwas und ich glaube sogar voll carbon mit einer 105er ausstattung perfekt für die stadt und ja ich kann es echt nicht oft genug erwähnen eigentlich mag ich das fällt ja gar nicht aber ich denke mal jetzt um die uhrzeit ist noch okay weil ja es ist mir theoretisch viel zu gefährlich und ich muss ja sagen also für mich ist halt ein gebrauchtes rad also es hat viele viele vorteile für mich einmal du hast bessere komponenten du hast natürlich günstiger preis und je nachdem wo du es her hast hast du auch was vernünftiges natürlich muss man beim gebrauchten rad auch tierisch aufpassen aber zum beispiel mein fall ich habe neue komponenten neuen antrieb neue züge was mache ich da falsch und es kommt vom händler also von daher ab die luci ja auf jeden fall ein ziemlich neues fahrgefühl also wie gesagt so ein gebrauchtes rad hat nicht nur nachteile und meiner meinung nach fängt fahrspaß bei shimano 105er gruppen an von daher und auf jeden fall muss ich sagen an so einem samstag im november gefällt mir das tempo verfällt viel viel besser weil es ist nicht so voll und plötzlich ist der akku alle wunderbar andere stelle gleiches bike ich habe mir ein relativ günstiges bike geholt für einen guten preis mit vernünftigen komponenten die einfach mal halten sollen und von daher wie macht ihr das so holt ihr euch lieber weiß ich nicht oder fahrt ihr im winter eben ein bus mit der warmen auto oder wie macht ihr das so wie steht ihr eigentlich so zu gebrauchten bikes also ich muss echt sagen bis auf meinen airstream ist jedes bike das ich habe gebraucht auf jeden fall bin ich der beinung dass sich ein gebrauchtes bike zu holen mit vielleicht einer besseren ausstattung die bessere alternative ist als sich zum beispiel ein rafael charter zu holen weil dort zahlt zu viel und bekommst oft einfach mal die schlechteren komponenten natürlich kann man sich online bikes holen oder kaufen muss natürlich auch selber zusammenbauen oder muss zwei jahre warten wie macht ihr das so oder fahrt ihr im winter auf dem fahrrad oder fahrt ihr rolle und ja wie gesagt also für mich ist es ein winterbike um zur arbeit zu kommen um durch berlin zu fahren dass ich auch irgendwo stehen lassen kann dass da mir jetzt hoffentlich auch nicht geklaut wird und ja das war's